Jnana Ponika Maha Thera Antworten aus einer Waldeinsiedelei Bodhi Blätter Nr. 29 1994 Zu diesem Bodhi Blatt Seid heiter, Freunde, seid heiter! Als Berater ist der Ehrwürdige da, als Helfer und Unterweiser. Dieses leicht abgewandelte Wort aus einer Lehrrede des Buddha leuchtet noch immer vom fernen Sri Lanka zu uns herüber. Denken wir an den ehrwürdigen Jnana Ponika, den weisen Botschafter des Dhamma und verehrten Mentor unseres Hauses der Besinnung. In seiner Waldeinsiedelei, deren Stille inmitten des einstigen Königsparkes bei Candy nur von gelegentlichem Vogelruf wie bekräftigt wird, verbringt er die friedvollen Tage seines hohen Alters. Gewiss, 92 Jahre eines Lebens voll heilsamen Wirkens haben die Sinne abbreifen lassen. Die Augen sind zum Lesen nicht mehr tauglich, aber beim Gang durch die Räume noch recht hilfreich. Das Gehör tut geschwächten Dienst, der jedoch dank einer elektronischen Verstärkung geruhsames Gespräch ermöglicht. Der Geist hingegen ist von ungeminderter Beweglichkeit, das Gedächtnis stets über umfassende Lehrkenntnis verfügend und beides in die gütig, heitere Grundstimmung des Gemüts eingebunden. Das gesegnete Karma des Verehrten ist auch heute in der Geborgenheit seines Alters erkennbar. Wie er einst den ehrwürdigen Janatiloka, seinen verehrten Lehrer, und den ehrwürdigen Vapo, seinen hochbetagten Ordensbruder, liebevoll betreute, so werden ihm nun die späten Jahre durch die große Fürsorge des ehrwürdigen Bodhi erleichtert. In dessen guter Hut weiß er nicht nur sich, sondern vor allem auch die Buddhist Publication Society, die diese als sein Nachfolger im Präsidentenamt mit so viel lehrkundiger und wacher Umsicht leitet. Vermittelt er dem Mahatherer die englische Korrespondenz und entsprechende Schriften, so ist das Ehepaar Götz und Ingeborg Nietzsche sorglich bemüht, deutschsprachige Post und Artikel vorzulesen und seine Diktate weiterzuleiten. Die beiden besuchen ihn fast jeden zweiten Abend und haben sich auch bei der Überprüfung der für dieses Bodhi-Blatt übersetzten Texte in herzlich zu verdankender Weise eingesetzt. Und immer wieder kommt Besuch. Ordensmitglieder, die ihm ihre Verehrung darbringen, Laienanhänger, die um Rat bitten, Freunde durch viele Jahre, die seine befriedende Gegenwart aufsuchen, zuweilen gar ein Tourist, den ein gutes Geschick im Wald irregehen ließ. Keiner jedenfalls, der den Ehrwürdigen nicht bereichert verließe, in heilsam, angehobener Stimmung und dankbar für die mit Bedacht gegebenen Ratschläge, dankbar, nicht zuletzt für die wärmende Güte und Geduld, dieses der Ehre so überaus würdigen. In den ersten Monaten des Jahres 1991 suchte ihn eine amerikanische Buddhistin auf, die dem Maha-Thera eine Reihe von Fragen vorlegte. Der Waldeinsiedler beantwortete sie jeweils nach kurzem Nachdenken und in freier Rede. Diese englisch gesprochenen Talks wurden auf Tonband festgehalten und von der ehrwürdigen Niana Siri, einer Nonne amerikanischer Herkunft, zu Papier gebracht. An eine Veröffentlichung war dabei allerdings nicht gedacht. Nachdem ich die Transkriptionen jedoch gelesen hatte, warte ich den verehrten Freund anlässlich eines Besuches in der Forest Hermitage wenigstens einen Teil seiner Antworten übersetzen und als Bodyblatt herausgeben zu dürfen. Er willigte zwar nach einigem Zögern ein, gab aber zu bedenken, dass es sich bei diesen Talks um aus dem Stegreif gehaltene, deshalb eher ungeordnete und vor allem unbearbeitete Gedankenfolgen handle. Er könne nur hoffen, dass sich die Leserin und der Leser, jetzt der Hörer und die Hörerin, dies mit der notwendigen Nachsicht stets gegenwärtig hielten. Sein Bedenken sei hiermit weitergeleitet und dabei auch die Übersetzung eingeschlossen, die ich besorgte und die mit der schon erwähnten Hilfe des Ehepaares Nietzsche vom lieben Verfasser überprüft wurde. Wer freilich um die Lehrnachfolge bemüht ist, der wird ohnehin von der lebenslangen Erfahrung nicht zuletzt mit jungen Pfadsuchern und der feinfühligen Toleranz beeindruckt sein, die hinter den hier vorgelegten Antworten stehen. Ja, er wird sich vielleicht durch die spontan gegebenen Erklärungen unmittelbarer angesprochen fühlen als durch einen wohlgesetzten Text und durch die damit erzielte Nähe dem hochbetagten Lehrer für seine Wahrheitsgabe besonders herzliche Dankesgrüße ins gelobte Land hinübersenden. Dicken, Haus der Besinnung im Maimond 1994 Kurt Onken Noch im selben Jahr verstarb der ehrwürdige Jnana Ponika Mahatera im Alter von 93 Jahren. Der Leidensbegriff in der Buddha-Lehre Der Umstand, dass die Leidhaftigkeit jeglicher Existenz den Ausgangspunkt der Buddha-Lehre bildet, hat viele Menschen im Westen dazu geführt, den Buddhismus als einseitigen Pessimismus zu brandmarken und abzulehnen. Vergessen wird dabei, dass die dritte Heilswahrheit die Möglichkeit der Leidbefreiung formuliert und die vierte Wahrheit einen gangbaren Weg dazu aufzeigt. Das obige Fehlurteil über den Buddhismus hat zwei Hauptgründe. Erstens, das Hängen am Wohlsein und am Wohlseinswunsch, sodass man nicht gern vom Leiden hört. Zweitens, die Unkenntnis des umfassenden Geltungsbereiches des Leidensbegriffs in der Buddha-Lehre. Dieser Leidensbegriff, Dukkha, beschränkt sich nämlich nicht nur auf körperlichen und geistigen Schmerz, sondern schließt das unbefriedigende, unzulängliche und unvollendbare aller Daseinsebenen ein. In einer seiner Lehrreden hat der Buddha eine dreifache Definition des Leidens gegeben. Das Leiden im eigentlichen Sinne, als körperlicher und geistiger Schmerz, das Leiden aller bedingten Daseinsgebilde, das Leiden der Veränderlichkeit. Damit werden alle drei Gefühlsarten erfasst. Das körperliche und geistige Schmerzgefühl, das neutrale Gefühl, welches mit der Erkenntnis der bedingten und unpersönlichen Daseinserscheinung verbunden ist, das angenehme Gefühl, das Leiden bewirkt, indem es sich verändert. Der Buddha erwähnt einen Ausspruch brachmanischer Lehre der körperlichen Kasteiung, wonach Leiden durch Leiden aufgegeben werden müsse. Dagegen setzte der Buddha sein Diktum, dass Leiden durch Glück aufgegeben werden kann. Dies sagte der Buddha, weil seine Lehre eine Erweiterung der Möglichkeiten lauteren Glückes ergibt. So wird das innere Glück erweitert, wenn man mit Freude, Mutita, am Glück und Erfolg anderer empfindet und zum Ausdruck bringt. Auch die liebende Güte, Metta und der Gleichmut, UPK, stellen solche Glückserweiterungen dar. Weitere Glücksmöglichkeiten innerhalb der Lehre sind das stille Glück meditativer Vertiefung und das Glück wachsender Befreiung. Doch trotz solcher Betonung der Glücksmöglichkeiten weist die Lehre auf die Wichtigkeit der vertieften Betrachtung des Leidens hin. Dadurch wird der Ansporn und die Motivierung für das Befreiungsstreben verstärkt. Der Buddha sagt, Gäbe es in der Welt keinen Genuss, so würden die Wesen nicht nach der Welt begehren. Gäbe es in der Welt kein Elend, so würden die Wesen nicht der Welt überdrüssig werden. Gäbe es in der Welt kein Entrinnen, so könnten die Wesen der Welt nicht entrinnen. Jedoch muss bei der Leidensbetrachtung sorgfältig beachtet werden, dass sie nicht zu Depressionen und zu einer Identifizierung mit dem illusionären Ich führt. Im Kommentar zur Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit, Satipatthana Sutta, heißt es, man möge sich nicht hinreißen lassen vom Unwirklichen und nicht zurückschrecken vor der Wirklichkeit. Willenskraft Da wir seit undenkbaren Zeiten in den Samsara verstrickt sind, bedarf es großer Willens- und Tatkraft, um aus ihnen herauszukommen. Wir müssen unsere ganze Willensstärke mitsamt weiteren Fähigkeiten aufbieten, die für das Werk der Befreiung nötig sind. Die erste Bedingung zur Entwicklung der Willenskraft ist Vertrauen, nicht zuletzt Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen gründet auf der Zuversicht, dass Kraft und Anstrengung zum Erfolg führen werden. Da nun aber der Krafteinsatz nicht zum extrem überspannter Erregung führen sollte, ist der Geist in ausbalancierter Ruhe zu halten, in Samadhi. Und wenn diese Geistesruhe im strikten Sinne des Wortes Samadhi stattfindet, nämlich in meditativer Konzentration des Geistes, umso besser. Auf jeden Fall, auch im weiter gefassten Sinne, sollte die Willenskraft durch einen ruhigen Geist stets im richtigen Gleichmaß bewahrt bleiben. Auch dabei hält der Dhamma den mittleren Weg ein, hier den Mittelweg zwischen Willenskraft und Ruhe. Das Extrem des Krafteinsatzes führt zur Erregung, das Extrem der Ruhe zu Lässigkeit. Im Visuddhi Magga wird ein Gleichnis gegeben. Ein Chirurg der damaligen Zeit wurde vor die Aufgabe gestellt, ein großes Lotusblatt in einer Wasserschale so zu durchschneiden, dass es dabei nicht ins Wasser sinke. Machte er es zu kraftvoll, dann wurde das Blatt unter Wasser gepresst. Ging er zu zaghaft ans Werk, konnte er es nur etwas ankratzen. Wie die kräftige, aber doch ruhige Hand des Chirurgen, so sollte der übende Geist beides haben, Kraft und Ruhe. Als eines der sieben Erleuchtungsglieder hat die Willenskraft die Qualität des Gleichmaßes. Sie hat auch ihren Platz unter den Indriya, den fünf Fähigkeiten des Geistes, und ist natürlich ebenfalls ein Glied des achtfältigen Heilspfades als Samavayama, dem rechten Mühn. Um unsere Willenskraft anzuregen, sollten wir uns klar machen, dass wir ohne sie im Samsara mit all seinen Leiden verhaftet bleiben und dass wir uns anstrengen müssen, um unsere falschen und schlechten Gewohnheiten zu durchbrechen und um gute Gewohnheiten durch wiederholte Übungen und Betrachtungen heilsamer Dinge zu entwickeln. Dabei zeigt sich unsere Willenskraft als vierfach, entsprechend den vier Teilen des rechten Mühens im Achtpfad. Das Mühen, unheilsame Geisteszustände zu vermeiden, sie, falls solche entstanden sind, aufzulösen, heilsame Geistesverfassungen zu erzeugen und schließlich solche, die bereits erreicht wurden, zu pflegen. Damit ist ein weites Betätigungsfeld für unsere Willenskraft gegeben, um uns erfolgreich auf dem Befreiungsweg der Lehre fortschreiten zu lassen. Widerstand gegen Veränderung Die Abneigung gegen jede Veränderung kann verschiedene Ursachen haben. So kann jemand stolz auf seine Persönlichkeit sein und keine Änderung in der Art seines Denkens oder seiner Lebensweise wünschen. Wenn auch der einzelne Anlass nicht wichtig sein mag, so wird er für den mit den Eigendünkel behafteten, der sich mit seinen Ansichten und Gewohnheiten identifiziert, bedeutend. Er glaubt bereits, das Richtige für sich gefunden zu haben, denkt sogar, sein Tun und Handeln sei auch für alle anderen Menschen der rechte Weg. Ein anderes Motiv der Abneigung liegt einfach im Vermeiden des Unbehagens, das Veränderungen mit sich bringt, sei es bei der Geisteshaltung, sei es bei den Gewohnheiten des Alltags. Gerade hier macht sich ein natürlicher Widerstand bemerkbar, da Ideen und Gewöhnungen durch Wiederholung immer stärker werden. Selbst wenn der Intellekt erkennt, dass eine Alternative besser sei und zum Besseren hinführe, versucht ein solcher Mensch noch lange die Anstrengung eines Wechsels zu vermeiden. Und dieser Widerstand gegen Veränderung, Veränderung nicht zuletzt im Sinne der vom Buddha empfohlenen Weise, hat dieselben drei Wurzeln wie der Ich-Dünkel. Begehren, Dünkel und falsche Ansichten. Jede dieser drei Wurzeln trägt zum Widerstand bei und jede ist gleichschädlich. Schließlich rührt die Abneigung gegenüber dem Verändern von dem Glauben her, etwas zu verlieren, womöglich etwas von dieser vorgeblichen Persönlichkeit oder gar von den Vergnügungen des Lebens. So kann der Widerstand gegen Veränderung nur bekämpft und schließlich besiegt werden durch die Beobachtung der Bedingtheit dieser Lebens- und Denkgewohnheiten. Wenn man untersucht, wie geistige Vorgänge unter bestimmten Bedingungen zustande kommen und wie sie durch Änderung dieser Bedingungen verändert werden können, dann verliert man angesichts dieser Bedingtheit den Glauben, dass diese gewohnheitsmäßigen Kräfte, die man zu verteidigen sucht, wirklich so stark sind. Indem man aber erkennt, dass diese Gewohnheitskräfte ihre schwachen Stellen haben, kann man das Schwert der Weisheit dort ansetzen und die für automatisch gehaltene Aufeinanderfolge durchschneiden. Was sich demnach einer Veränderung widersetzt, all diese unheilsamen und schädlichen Tendenzen in uns, erscheint sehr kraftvoll und ist nicht zu unterschätzen. Schon deshalb sollten wir diese Neigungen nicht mit bloßer Gewalt unterdrücken wollen, sondern unsere Achtsamkeit und unsere Einwirkung auf ihre Bedingtheit richten. So können wir ihre Kraft allmählich schwächen. Auf diese Weise sehen wir die schwachen Punkte immer deutlicher und mehren damit die Chance einer wirksamen Veränderung zum Wohle einer Läuterung des Geistes. Normalerweise vermeidet der Mensch die Unbequemlichkeit eines Wechsels. Das erklärt denn auch, weshalb viele Nachfolger aller Religionen einschließlich der buddhistischen ihr Leben mit nur geringer Änderung weiterführen. Sie beteuern zwar lebhaft ihre Anhänglichkeit zu ihrem Glauben und sind vom Wissen um seine Vorzüglichkeit hoch befriedigt, aber dieses Wissen ist eben nicht stark genug, um eine Änderung in ihrer Lebensweise zu bewirken. Der Widerstand gegen Veränderung ist zugleich Bejahung des Lebens. Hinzu kommen andere tief verwurzelte Tendenzen, welche die Persönlichkeit gegen Wechsel zu verteidigen bereit ist. Schon deshalb sollte man sehr sorgfältig vorgehen und ja nicht die Gegenseite forcieren. Es gilt ja allgemein, dass grundlegende Lebenstendenzen nicht mit Zwang anzugehen sind. Sie können nur durch Umgestaltung wachsen. Man kann beispielsweise die geringfügigen, schädlichen Gewohnheiten durch Vorteilhafte ersetzen und so die große Macht der Gewohnheit ausnutzen. Doch wie kraftvoll erweist sich der Widerstand gegen Veränderung? Durch ihre gesamte Geschichte haben die Menschen immer und immer wieder dieselben Dummheiten begangen. Deshalb sagte der Erwachte, dass es nur wenige gäbe, deren Augen mit wenig Staub bedeckt seien und die seine Lehre verstehen könnten. Er erwartete keineswegs, dass große Menschenmengen eine Transformation, eine innere Umwandlung zu erwirken vermöchten. Doch selbst ein leichter Fortschritt im moralischen Bereich ist von großem Gewicht, da er das Absinken in tiefere Bereiche bis hin zu untermenschlichen Regionen aufzuhalten vermag. Um Wünsche und Begehren zu befriedigen, gibt es Wege, die sich ganz automatisch und spontan anbieten, sozusagen um Energie zu sparen. Und gerade deshalb sind sie so schwer zu brechen, es sei denn, man mache sich dieses Vorgehen voll bewusst und erkenne seine Bedingungen. Wenn man sich ändert, verwandelt, wird die Bedeutung der Achtsamkeit sehr klar. Nicht zuletzt Achtsamkeit auf alles, was sich spontan und fraglos abspielt und nun so vor die volle Aufmerksamkeit gestellt wird, dass es wieder und wieder nach seiner wahren Natur befragt werden kann, ob es veränderlich, leidvoll und ohne Selbst sei. Und so führt auch dies zu den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Die Aufgabe der Achtsamkeit bei der Befragung und Untersuchung geistiger Prozesse ist in dem Gleichnis vom Torwächter ausgedrückt, der alle, welche die ummauerte Stadt betreten wollen, befragt, nur die Vertrauenswürdigen einlässt und die des Vertrauensunwürdigen die Unheilstifter abweist. Kammer als Zuflucht Ein gutes Kammer oder Karma ist im Sinne heilsamen früheren Wirkens eine Zuflucht, auf die man bauen kann. Es wird uns schützen und bei weiterem Fortschritt behilflich sein, selbst bei Gegenkräften durch schlechtes Kammer und durch Folgen von Nachlässigkeit. Stets wird uns das gute Kammer helfen. Wir können auch sicher sein, dass nichts, was uns zustößt, von außen kommt, aus willkürlichen Quellen. Alles ist die Auswirkung von Kammer, einschließlich der Mängel menschlicher Existenz. Und so können wir verstehen, dass unser gutes Kammer unsere Zuflucht ist, die uns selbst angesichts leidvoller Situationen ermöglicht, furchtlos zu sein. Auch unter dem Druck großer Lebensschwierigkeiten kann man sich sein selbst geschaffenes gutes Kammer vergegenwärtigen und ebenso all die guten Bestrebungen, die uns wie ein Kraftvorrat zur Zuflucht dienen. Der Dichter Hans Karossa hat einmal gesagt, man kann nicht tiefer fallen als in sich selbst, was durch die buddhistische Kammerlehre bekräftigt wird. Es bedeutet letztlich, in allem Unglück begegnen wir immer nur unserem eigenen Kammer. Es gibt viele Menschen, ganz besonders in buddhistischen Ländern, die im populären Verständnis oder teilweisen Missverständnis nur an die Konsequenzen in künftigen Leben denken, wenn wir von Kammer sprechen. Es ist jedoch wichtig, die Wirkungen schon für das gegenwärtige Leben zu bedenken, denn was wir heute tun, reden und denken, wandelt ja uns selbst. Daran gibt es nichts zu zweifeln. Es ändert uns, zum Besseren oder zum Schlechteren hin. Wenn wir spüren, dass das von uns gewirkte dreifache Kammer in Taten, Worten und Gedanken ein positives und nützliches ist, dann kann dieses Kammer uns Zuflucht auch in der Gegenwart sein und unsere Hoffnung stärken, unsere Zukunft werde sich als ebenso vorteilhaft erweisen. Ist Erleuchtung auch außerhalb des Ordens möglich? Auch im Laienstand kann natürlich ein gutes Vorwärtskommen in der Lernachfolge erreicht werden, falls die Bedingungen dafür günstig sind. Dass man diesem Zweck die nötige Zeit widmen kann, ausreichend für den inneren Fortschritt und dass die Ansprüche des Weltlebens nicht zu groß und zu hart sind. Ist man jedoch auf dem Heilspfad weiter gelangt, so wird man ohnehin wünschen, das Leben der Entsagung zu führen und in den Orden einzutreten. Aber auch dies ist keineswegs absolute Bedingung. Es wird ja von Hausleuten berichtet, die den Stromeintritt erreicht haben. Doch sagt die Tradition, dass ein Laienanhänger, der die höchste Stufe der Heiligkeit Arahata verwirklicht, entweder am selben Tage stirbt oder Mönch bzw. Nonne wird. Zweifellos ist es sehr viel schwerer, die Befleckungen des Geistes im Hausstand zu überwinden, da dort ja viele Pflichten, viele Konflikte und viele Versuchungen hinderlich sind. Andererseits ist das Entsagungsleben als Mönch oder Nonne nur sinnvoll, wenn man fühlt, dass damit die Aufgabe der Verwirklichung leichter wird. Es sollte als ein Akt der Selbstbefreiung von nutzlosen Bindungen empfunden werden und nicht etwa neue Schwierigkeiten zu den schon vorhandenen hinzufügen. Aus diesem Grunde sollte man sich genau prüfen, ob einem durch eine solche entsagungsvolle Lebensweise wirklich geholfen ist und ob man sich in ihr glücklich fühlt. Es darf sich also nicht um einen schmerzlichen Verzicht handeln, sondern um ein freies Loslassen. Denn nur dann wird der Weg zum inneren Werk der Geistesläuterung ein Befreiender sein. Im gleichen Sinne sollte der rechte Verzicht nicht eine Art Ausweichen sein, eine Flucht vor der Begegnung mit den sogenannten Versuchungen. Heutzutage werden im Westen sogenannte Retreats angeboten. Sie geben Gelegenheit zur Intensivierung der Lehrnachfolge für eine begrenzte Zeit und zur Übernahme einer solchen Erfahrung ins Alltagsleben. Sie ermöglichen damit dem Teilnehmer, sein normales Weltleben als eine Gelegenheit zu betrachten, den Dhamma darin einzubauen und damit das zu üben, was heilsam ist. Dr. Paul Dahlke, der Stifter des Buddhistischen Hauses in Berlin-Fronau, hat einmal gesagt, er habe der Einsamkeit viel, wenn nicht alles, zur Förderung seiner Erkenntnis zu danken, jedoch sehr wenig zur Mehrung der Tugend. Daraus lässt sich auch die Notwendigkeit der Begegnung mit der Umwelt entnehmen, um sicher zu sein, dass man nicht einfach fliehen will, sondern fähig ist, solchen Situationen im Geiste des Dhamma erfolgreich zu begegnen. Ein Ordensleben, das seine wahren Aufgaben vernachlässigt, mag auch manchmal dazu führen, Befleckungen des Geistes zu überdecken. Auch wenn es nicht zu einem tatsächlichen Durchbruch, zum Abbau der geistigen Befleckungen kommt, bleiben diese oft stark genug, um einen entscheidenden Fortschritt zu hemmen. So kann denn die Erfahrung des Weltlebens sehr wertvoll sein. In der Begegnung mit den Befleckungen des Geistes lernt man diese kennen und kennt man sie in ihrer wahren Natur, können sie sehr nützliche Lehrer werden. Es sollte sich niemand dadurch beunruhigen lassen, dass er sich zum Leben als Mönch oder Nonne nicht bereit fühlt. Man kann gewiss auch im Hausleben schon weit kommen und manche Erfahrung machen, die später, wenn die Zeit für den Ordenseintritt gekommen ist, sehr hilfreich sein wird. Es bedarf freilich großer Entschlossenheit, sich vor allen Einflüssen der Umwelt zu schützen, die vom rechten Wege wegführen. Je stärker die Anziehungskraft des Dhamma ist, desto leichter wird es sein, den Versuchungen und Hindernissen des weltlichen Lebens zu begegnen. Wir pflegen uns ja ganz natürlich an das zu binden, was uns die stärkste Befriedigung schenkt. Und wenn diese Befriedigung durch die Lehre erfolgt, dann entwickeln sich ebenso natürliche Neigungen, eine Umgebung und auch Situationen zu meiden, die uns vom Heilspfade abirren lassen. Unruhe in der Meditation Unruhe ist eine der fünf Hemmungen und bei der Meditation eine der häufigsten. Der an Aktivität gewohnte Geist hat natürlich Mühe, stillzuhalten. Eine Möglichkeit, die Unruhe loszuwerden, besteht in dem aufmerksamen Verfolgen der rastlosen Schwingungen des Geistes, sich also diese Schwingungen ganz bewusst zu machen, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Und dieses Bewusstmachen verlangt natürlich viel Konzentration sowie einen ruhevollen Geisteszustand, um auf diesen Wege zu ermöglichen, die Unrast zu meistern. Wenn Unruhe inmitten der Beschäftigung mit dem Hauptgegenstand einer Achtsamkeits Konzentration aufkommt, beispielsweise in der Atembeobachtung und es sich nun als schwierig erweist, den Körper und den Atmungsprozess zu beruhigen, empfiehlt sich als Hilfsmittel die Vorstellung eines besänftigenden Objekts, etwa ein Buddha-Bild oder ähnliches. Gewiss, es entsteht dadurch eine Unterbrechung in der Meditation, aber sie kann zu einer beruhigten Wiederaufnahme der Meditation hilfreich sein. Sehr oft und vielleicht sogar als erstes Mittel hilft das Ein- und Ausatmen bei voller Aufmerksamkeit und der völlig spannungslosen Zielsetzung auf einen tiefen und ruhigen Atmungsablauf. Wenn keine andere Maßnahme erfolgreich ist, bleibt als letzter Ausweg aufzustehen, bei voller Achtsamkeit hin- und herzugehen und damit die Aufmerksamkeit von der Unruhe abzulenken. Es ist möglich, dass die Unruhe geschwunden ist, wenn man nun seinen Sitz wieder einnimmt. Eine dieser Methoden sollte wohl helfen, es sei denn, dass die Unruhe durch Körperspannungen oder Verkrampfungen verursacht ist. Aber auch diese lassen sich oft durch achtsames und ruhiges Auf- und Abgehen beheben. Aggression Die Frage, ob Aggression dem Menschen angeboren sei oder nicht, wird vom Psychologen und Anthropologen seit je lebhaft diskutiert. Aus buddhistischer Sicht ergibt sich, dass Aggression bei Menschen als Potenzial aus früheren Existenzen karmisch erworben ist, und zwar als ein extremer Ausdruck der drei unheilsamen Wurzeln Gier, Hass und Verblendung. Jede der drei Wurzeln kann zur Aggression führen. Die gehinderte Gier und Wunscherfüllung bewirkt Ressentiments, aus welchem Aggression hervorgehen kann. Besonders naheliegend ist es, dass die Aggression aus Hass entsteht. Es lässt sich auch oft genug verfolgen, wie die Aggression aus ideologischer Verblendung hervorgeht. Diese Zusammenhänge bedeuten nun keineswegs, dass die Aggression unveränderbar sei und vom Menschen nicht zu trennen ist. Aggression ist durch ihre Nahrung bedingt, die sie keineswegs immer erhält. Denn es muss berücksichtigt werden, dass auch Ergebnisse eines günstigen Karmas vorhanden sind und dass im Allgemeinen menschliche Existenz durch die drei heilsamen Wurzeln Gierlosigkeit, Hasslosigkeit und Wahnlosigkeit ermöglicht wird, die in mehr oder minder starker Ausprägung vorliegen mögen. Allerdings ist in dem unerlösten Weltling, dem Putu-Jana, stets auch der Hang zu den drei unheilsamen Wurzeln vorhanden. Sie werden von diesem Hang am Leben erhalten und ernähren ihrerseits Aggression und Gewalt. Die tiefste Verblendung, aus der sich Aggression ergibt, ist der Ego-Glaube oder der Ich-Bin-Dünkel. Aggression ist ja als Helfer im Dienste des angeblichen Egos gedacht und fußt meist auf Gier, Gier nach Besitz, Gier nach Macht. Und diese durch Gier bedingte Aggression zeigt sich im Leben des Einzelnen bei Menschengruppen bis hin zu den Aggressionskriegen der Nationen. Wie schon erwähnt, kann Verblendung ebenfalls eine besondere Ursache von Aggression und Gewalt sein, und zwar im Sinne von ideologischer Verblendung, von Rassenvorurteilen, von Religionskriegen, Klassenkämpfen und so weiter. Alle diese Abirrungen haben ihre unheilsame Wurzel in der Verblendung und im Ich-Bin-Glauben. Das Ego, das sich ja mit einer Gruppe identifiziert, oder mit einer Gesellschaftsklasse, einer Nation oder mit was auch immer. Die Aggression im Leben des Einzelnen entwickelt sich nicht zuletzt durch Gefühle der Rachsucht oder Rivalität etc. Doch sie hat ihren tiefen Urgrund, tiefer jedenfalls als diese augenfälligen Motive. Wir haben alle schon erlebt, wie kleine Kinder zu weilen sehr gewalttätig sein können, wie sie sichtbares Vergnügen daran finden, Dinge zu zerstören, ihre eigenen Spielsachen zu zerreißen oder sogar kleine Tiere zu töten. Das mag vielleicht vom Wunsche herrühren, ihre Kraft zu zeigen, also eine Form von Mana sein, von Eitelkeit und Stolz auf ihre eigene Stärke. Sie möchten gewissermaßen ihre Muskeln spielen lassen und ihrem Drängen nach Aktivität Luft machen, was alles zur Aggression hinleitet. Nun besteht natürlich kein Grund, dass Aggression oder Gewalt dominant werden. Wenn bei der Wiedergeburt als Mensch die Wurzel des Nicht-Hassens, also Meta, kräftig ist, wird die Neigung zu Aggression und Gewalt gewiss viel geringer sein. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Ursache des Hasses herabzumindern und sie endlich sogar ganz aufzuheben, falls die anderen Fesseln ebenfalls schon stark reduziert wurden. Wenn wir berücksichtigen, wie selten und kurz Perioden des Friedens in der Menschheitsgeschichte gewesen sind, müssen wir zugeben, dass die Neigung zu Aggression und Gewalt nicht durch Überredungskünste oder Vernunftgründe zu beheben ist. Sie ist eben unvernünftig. Vernünftiges Überlegen hätte ja aufgezeigt, wie überaus schädlich es für die Menschheit und selbstverständlich auch für das Leben des Einzelnen ist, dem Aggressionsdrang freien Lauf zu lassen. Was diese Erscheinungen der zu Aggression führenden Verblendung anbelangt, so rührt ja Gewalt auch vom Stolz und vom Ehrgeiz her wiederum im Leben des Einzelnen oder der Nationen. Hierin steckt auch das Gewaltmotiv aller Diktatoren der Geschichte, der Wunsch zu dominieren, der Wunsch ihre Kraft und Macht zu beweisen. Schließlich sind sogar noch Überreste des Verhaltens primitiver Stämme vorhanden, die jede Abweichung, sei es beim Einzelnen oder bei Gruppen, als feindselig und bedrohlich werden und zum Anlass ihrer Aggressivität nehmen. Doch ungeachtet dieses eher düsteren Bildes, das die Menschheitsgeschichte enthüllt und zur Aggression wie Gewalt ermutigt, sollten alle, die durchzublicken vermögen, jene Kräfte entwickeln, die diesen schädlichen Neigungen entgegenwirken, und zwar liebende Güte, Erbarmen und Mitfreude. Dhamma-Gedanken zum Krieg Gedanken, die sich im Sinne des Dhamma mit dem Krieg beschäftigen, haben vor allem das Verständnis der Leidenswurzeln im Auge, die im Zusammenhang mit einem Krieg so hervorstechend sind. Gier, Hass und Verblendung Jede der drei ist Ursache für dieses Leiden, das man Krieg nennt. Gier nach Macht, Hass auf den Widersacher und Verblendung, die zu Gier und Hass hinführt, die ihrerseits erneute Verblendung bewirken. Wie sehr sie sich wechselweise ernähren, wird in Kriegszeiten besonders deutlich. Wir können regelrecht beobachten, wie Gier, Hass und Verblendung sogar zu Selbstvernichtung führen, zum Elend, das sich die Menschheit immer wieder selber zufügt. Gewiss im Bereich einfachster Menschlichkeit sind da auch Regungen des Erbarmens, die für jene Wesen entstehen, welche durch Krieg körperlich, geistig und gefühlsmäßig zu leiden haben. Mitleid aber ebenso mit jenen, die aus ihrem Nichtwissen die drei unheilsamen Wurzeln stärken und diese sich damit eine unglückselige Zukunft in künftigen Existenzen schaffen. So hat es sich seit je in der Menschheitsgeschichte abgespielt, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, alle Kraft aufzubieten, um die drei Wurzeln all des Unheilsamen in sich zu schwächen und sie schließlich auszumerzen. Aber es ist eben die unvollkommene Gesellschaft, in der wir leben, auf deren Stufe wir in den Samsara verstrickt sind und woraus alle diese Formen des Leidens entstehen. Da gibt es tatsächlich keinerlei Sicherheit außerhalb der Lehre oder auf einer Weltebene, wo heilsames Kammer so kräftig auftreten kann, um der betreffenden Person ein friedvolles Leben zu ermöglichen. Während in unserer Zeit die Kunst des Heilens verglichen mit früheren Jahrhunderten vervollkommnet wurde, wurde zugleich die Technik des Tötens perfektioniert. Und diese Kunst der Vernichtung schließt nun sogar die Umwelt ein. Wir müssen es wirklich als einen großen Segen würdigen, dem Dhamma begegnet zu sein, der uns in die Lage versetzt, unserem Leben eine heilsame Richtung zu geben. Die Beziehung zwischen dem Ich-Bin-Dünkel und dem Persönlichkeitsglauben Mana bedeutet Ich-Bin-Dünkel wie auch Stolz Selbstverständlich fußen Stolz und Dünkel auf dem Persönlichkeitsglauben Sakaya Ditti Das gilt sogar im Falle des Sotapanna, des Stromeingetretenen, der zwar theoretisch keinen Persönlichkeitsglauben mehr hat, aber eben immer noch einen feinen Stolz oder etwas Selbstbewusstsein besitzt, freilich nicht in groben Formen. Sakaya Ditti bezieht sich auf den Glauben, dass eine der fünf Gruppen des Anhangens, der Kandas oder alle zusammen ein beständiges Ego, eine bleibende Persönlichkeit bilden. Unter den vielen möglichen Formen des Persönlichkeitsglaubens gründen sich viele auf die drei Formen des Ich-Bin-Dünkels. Den Überlegenheitsdünkel Ich bin besser, den Gleichheitsdünkel Ich bin so gut wie du und den Minderwertigkeitsdünkel Ich bin minderwertig. Alle drei Formen des Dünkels bestehen im Vergleich seiner Selbst mit anderen. Wer also Mana Ich-Bin-Dünkel hat, muss nicht unbedingt auch den theoretischen Persönlichkeitsglauben besitzen. Er kann sogar überzeugt sein, dass in den fünf Daseinsgruppen kein Selbst zu finden sei, doch mag diese Überzeugung noch nicht so tief verwurzelt sein, dass sie zum Stromeintritt führen kann. Dazu ist noch die Unterstützung durch andere Faktoren erforderlich. Natürlich ist dieser Unterschied zwischen theoretischem Verstehen und erlebter Erkenntnis augenfällig. Es gibt zweifellos viele Buddhisten, die nicht an die Existenz eines Selbst glauben, zumindest theoretisch glauben sie es nicht, und doch haben sie eine gehörige Portion Dünkel. Aus diesem Grunde sprechen die Kommentatoren von den drei Wurzeln des Ich-Bin-Glaubens Tanha, Mana und Diti. Begehren, Dünkel und falsche Ansicht. Dies schöpft das Problem wirklich aus. Darin steckt die sehr feine Analyse des Entstehungszusammenhangs des Ich-Bin-Glaubens. Die falschen Ansichten müssen nicht in jedem Fall beteiligt sein. Der Durchschnittsmensch, der an philosophischen Überlegungen nicht interessiert ist, besitzt den theoretischen Persönlichkeitsglauben nur in rudimentärer Form. Er hält es für selbstverständlich, dass er ein identisches Selbst besitzt. Aber er mag ein sehr starkes Begehren für sein vermeintliches Ich und auch einen mehr oder minder starken Dünkel haben. Der Todeswunsch Zunächst ist der Todeswunsch Ausdruck der Sehnsucht nach Nicht-Dasein wie Bhava Tanha, eine der drei Arten des Begehrens, welche die zweite heilige Wahrheit bilden. Obwohl jedoch der Todeswunsch einen weiten Bereich von Motivationen und Geisteshaltungen umspannt, scheint bei allen Formen einschließlich der subtilsten Übereinstimmung zu bestehen, dass es sich weniger um ein Verwerfen des Lebens schlechthin handelt, als vielmehr um das Enttäuschtsein von dem, was das Leben gibt oder zu geben versäumt. Ferner mag vielleicht auch eine verfeinerte Form des Todeswunsches mitspielen, wie sie die Griechen in der Verwandtschaft zwischen Eros und Thanatos oder Liebe und Tod sahen. Dies ist wohl nicht so sehr als Todeswunsch zu werten, sondern eher als Wunsch der Auflösung der Persönlichkeit durch Aufgehen in einem anderen menschlichen Sein oder im Kosmos. Ausdruck hat dieser Wunsch in Richard Wagners Tristan und Isolde gefunden mit dem Text Unbewusst Höchste Lust. Es ist die Sehnsucht nach Selbstvergessen, die diesen Menschen eine Art innere Befriedigung vermittelt, so dass Wagner mit gutem Recht das Wort Lust verwendet. Überdenkt man weitere Ausdrucksformen des Todeswunsches, so fallen sie unter den Typ von Dukka, der in den Formulierungen der ersten heiligen Wahrheit beschrieben ist mit nicht erlangen, was man begehrt, ist leiden. Das kann natürlich auf einer sehr materiellen Ebene stattfinden, aber auch auf einer verfeinerten Hören. Es kann sich ebenso um sehr bescheidene und elementare Dinge der Wunscherfüllung handeln oder etwa nur darum, dass die Welt insgesamt anders sein möge, als sie ist. Sich durch Selbstmord freiwillig das Leben zu nehmen ist eine der Ausdrucksformen des Todeswunsches, die ebenfalls sehr verschiedene Motive haben kann. Sie mag etwa auf einem der tragischen Lebensumstände beruhen, in den jemand eingefangen ist und keinen Ausweg mehr findet. Oder weil einer sein Leben so unglücklich verfahren hat und keinerlei Hoffnung für sich sieht. Der Todeswunsch bis hin zum Freitod hat sich in den letzten Jahren so verbreitet, dass inzwischen bereits Handbücher zum Selbstmord herausgebracht wurden. Anleitungen zu dessen einfachster Durchführung. Der Verleger würde sie wohl kaum veröffentlichen, wenn er nicht genügende Käuferschaft erwartete. Das ist freilich nur ein Symptom der sozialen Anfälligkeit unserer Gesellschaft. Nun kann es sein, dass jemand wegen körperlichen Zerfalls oder durch einen Schicksalsschlag keinen Ausweg mehr sieht und dadurch in einen vorübergehenden Zustand starker Gemütserregung versetzt wird, aus dem heraus er besonders dank freundlichem Rat und Zuspruch seinen Todeswunsch zu verlieren vermag. Es gibt heutzutage sogar telefonisch ansprechbare Berater, die Freitodwilligen beistehen, indem sie sich deren Gefühle und Sorgen anhören und ihnen behilflich sind, ihren Todeswunsch zu überwinden. In der Buddha-Lehre gilt der Selbstmord als etwas Unheilsames, als eine Form des Begehrens, sei es nach einem besseren Lebensweg, sei es aus der Illusion oder Erwartung, dass der Tod das Ende von allem bedeute, mithin von dem vielfach erfahrenen Leid befreie. Beide Beide Denkmöglichkeiten sind im Sinne der Lehre durch die falsche Ansicht bedingt, dass da ein Selbst sei, das nach dem Tode ein besseres Leben weiterführe bzw. durch die Tötung vernichtet werden könne. Die buddhistische Haltung gegenüber der Selbsttötung ist die, dass ein freiwillig beendetes Leben das Leiden so wenig aufheben kann wie der normale Tod, da sich Leben ja fortsetzt. Wenn also der Todeswunsch deshalb zum Freitod verleitet, weil er großes Anhangen hat oder sich in einer unlösbaren Situation vorfindet, der wird in den nachfolgenden Existenzen wieder mit just derselben Situation konfrontiert sein. Der Tod ist nur eine Art verborgener Durchlass und führt keineswegs zu jenem Frieden, den der gläubige Christ erwartet. So steht auf Grabsteinen oft Requiescat in Paze, Ruhe in Frieden. Im Sinne des Dhamma erfüllt sich diese Hoffnung nicht, solange nicht alle Wurzeln des Leidens ausgerodet sind. Es gibt da eine Geschichte, die Levcadio Hörn erzählt, der schöne Bücher über das alte Japan der letzten Jahrhundert Wende schrieb. In einem japanischen Dorftempel, so berichtet er, lebte ein junger Priester, der so hübsch war, dass sich viele der Mädchen des Dorfes in ihn verliebten und einige ihm Liebesbriefe schickten. Und als er wieder und wieder solche Liebesbriefe auch von einem schönen und begehrenswerten Mädchen erhielt, fühlte er, wie seine Kraft, das Keuschheitsgelübde einzuhalten, immer schwächer wurde. Da er dieses Gelübde auf keinen Fall brechen wollte, warf er sich vor einen herankommenden Zug, der ihn tötete. Levcadio Hörn besuchte diesen Tempel, drückte dem Abt seine Bewunderung für diesen jungen Mönch aus, der sein Gelübde gehalten hatte und sagte, dass er das wirklich heldenhaft fände. Der Abt erwiderte, nein, er ist ein Tor. In seinem künftigen Dasein wird er vor dieselbe oder eine ähnliche Situation gestellt sein, bis er sie auf diese oder jene Weise wirklich zu klären vermag. Es wäre für ihn besser gewesen, die Robe abzulegen und zu heiraten. Aber auch hier ist zu bedenken, dass die Begierde sich wieder verkörpert und nicht der Begehren Sünde. Der Selbstmord gilt im Buddhismus nicht als Sünde. Gemäß der Ordensregel ist der Selbstmordversuch ein sehr geringfügiges Vergehen. Sie richtet sich allerdings nur an ihre lebenden Ordensmitglieder, regelt also nicht die Verantwortlichkeit jener, denen der Freitod gelang. Der Buddha hat aber erklärt, dass wer noch anhangen hat, zu tadeln sei, wenn er seinem Leben ein Ende setzt. Wer jedoch ohne anhangen sei, könne es tadelsfrei tun. Das allerdings gilt nur für den Arahant, der das zutiefst wurzelnde Anhaften aufgelöst hat. Es ist wichtig, auch den Kontext zu sehen. Dieses Wort des Buddha betraf einen Arahant, der von einer schmerzhaften und unheilsamen Krankheit befallen war. Meditation über Mitgefühl Um die Meditation über Mitgefühl erfolgreich zu machen, sollten wir Mitgefühl mit den im Samsara leidenden Wesen natürlicherweise auch schon im Alltagsleben empfinden. Sie leiden ja durch ihre Unwissenheit und auch wir, so sollten wir uns bewusst sein, leiden doch immer durch unsere eigene Unwissenheit. Schon deshalb sollten wir, wie wir es ja bei der Metta Meditation tun, auch die Meditation des Mitgefühls zunächst auf uns selbst richten, als einen, der den Leidensweg im Samsaro so lange zu gehen hat, wie die drei Wurzeln des Unheilsamen Gier, Hass und Verblendung in ihm vorhanden sind. Mitgefühl ist vor allen denen zuzuwenden, die aus Unwissenheit Übles tun, womit Gefühle des Grolls und Ärgers gegenüber schlechthandelnden Wesen in eine positive Qualität mitfühlender Weisheit verwandelt werden. So wird das Leben inmitten der vielen Menschen, die sich töricht benehmen, wesentlich leichter. Wir werden immer weniger Groll oder Reibung erleben, wenn wir diese Haltung des Mitgefühls entwickeln. Wir sollten uns stets daran erinnern, dass es mitfühlendes Erbarmen war, das den werdenden Buddha bewog, den beschwerlichen Weg bis zur Erleuchtung zu gehen. So war Erbarmen, die bewegende Ursache und Weisheit das Mittel, mit deren Hilfe er selbst die Erleuchtung erreichte. Und Erbarmen und Weisheit befähigten ihn, anderen zur Minderung ihres Leidens und schließlich zur Aufhebung von Gier, Hass und Verblendung zu verhelfen. Hinzugefügt sei, das Mitgefühl frei von Sentimentalität sein sollte. Man sollte nicht Schmerz oder Verzweiflung empfinden, wenn man das vielfältige Leiden rundherum sieht. Damit unser Mitgefühl zu einer heilenden Kraft wird, ist wenigstens ein gewisser Grad von Gleichmut förderlich. Wenn man sieht, wie wenig Mitgefühl in der Welt sich heutzutage zeigt und wie die Menschen sich ohne Zögern gegenseitig Leid zufügen, dann erkennt man zugleich, wie notwendig Mitgefühl in dieser Welt ist. Wie schwer aber ist es, in der Welt, in der wir leben, einen Platz zu finden, an dem sich Mitgefühl ungehindert ausdrücken kann? Die Beziehung zwischen Mitgefühl und Gleichmut Der Gleichmut gegenüber der leidenden Welt entsteht aus der Einsicht in die Ursachen des Leidens und eben dies verhindert, dass Mitgefühl zu einem Anlass der Traurigkeit oder Verzweiflung wird, womit ja das Leiden nur noch vermehrt würde. Dank des Gleichmuts wird klar, wie eine gefühlsbetonte Reaktion das eigene Leiden nur noch vergrößert, ohne dass dadurch anderen im geringsten geholfen würde. Gleichmut versetzt auch in die Lage, die Leidensursachen klar zu erkennen, sei es beim Einzelnen, sei es in der Totalität des Samsara. Und schließlich ist der Gleichmut für die Betätigung des Mitgefühls unerlässlich. Er wird ein Wirken aus Mitgefühl mit der nötigen Gemütsruhe versehen und das Verständnis für die Art und Weise mehren, mit welcher Hilfe geleistet oder auch nicht geleistet werden kann. Denn sehr oft wird durch unverständiges Mitgefühl, wenn es in falscher oder untauglicher Form eingesetzt wird, das Leiden anderer sogar noch vergrößert. Es waren die Fähigkeit zum Gleichmut und der Einblick in den Grundzusammenhang, die den großen Kommentator Buddhagosa von der herzerbarmenden Kühle sprechen ließen. Wir sind eher geneigt an die Wärme des Erbarmens zu denken, zumal sie natürlich ebenso beteiligt ist. Jedenfalls sollte das Mitgefühl als eine Kraft, die uns selbst wie anderen leidenden Wesen helfen kann, frei von Erregung und Verzweiflung sein. Glück Inneres Glück entsteht, wenn man frei ist von den Fesseln des Begehrens, der Abneigung und der Verblendung. Frei sein vom Zugriff des Wünschens und Begehrens bedeutet eben das Glück der Freiheit, der Unabhängigkeit von den Objekten des Begehrens. Freiheit von der Abneigung bedeutet, Mitgefühl und Allgüte gegenüber anderen zu empfinden. Mitgefühl, wenn es Auge und Herz für das Leiden öffnet, befreit aus der Ich-Bezogenheit, aus den Fesseln des Egoismus. Und so kommt es dazu, dass das Verströmen von Mitgefühl auch eigenes Glück auslöst. Und Meta, die Allgüte, bewirkt aus sich heraus schon Glücksgefühl. Die Freiheit von Verblendung schließlich ist selbstverständlich die relative Freiheit des allmählichen Entwicklungsweges. Sie ist das Glück der zunehmenden Geistesklarheit, die Freiheit von konfliktschaffenden Meinungen. Die Freiheit liegt natürlich vor allem in der Wohltat, den Dhamma, die Lehre zu kennen, und das ist eben eine seltene Erfahrung. Wenn wir in diese Welt der Verblendung blicken, dann werden wir sogleich die Tatsache würdigen, dass wir den Dhamma gefunden haben. Und wenn da einer nur einen Schimmer der Leidenswahrheit erfasst hat und begreift, dass ein Weg aus diesem Leiden gezeigt wurde, dann sollte er beglückt sein. Es ist doch gewiss die entscheidende Erkenntnis im Leben, dass wirklich ein Weg aus diesem Elend führt. Hinzu kommt noch die Anteilnahme am Glück jener, die ebenfalls ergebene Nachfolger im Dhamma sind. Ja, es gibt so viele Ursachen und Möglichkeiten der Beglückung, dass es schwerfällt zu begreifen, weshalb der Dhamma als pessimistisch bezeichnet worden ist. Besorgnis Wir sollten uns stets bewusst sein, dass wir in einer Welt des Wandels leben und dass sich die Dinge jederzeit anders, als wir es erwarten, verändern können. Sind wir darauf gefasst, dass Veränderung auch im unerwünschten Sinne geschehen kann, werden wir nicht unsere Sorgen der künftigen Entwicklung vorauseilen lassen. Wir werden das tun, was die Situation von uns erfordert und das Nachfolgende Erwarten ohne fruchtlos und sinnlos nach der Zukunft auszuschauen. Das Grübel über den künftigen Verlauf der Dinge ist ja wirklich ein hilfloses Unterfangen. Zumal, wenn wir uns klar machen, dass diese Entwicklung nicht immer in unserer Hand liegt, wird uns Besorgnis als besonders nutzlos erscheinen. Dies gilt vor allem von Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Aber ebenso können die Dinge innerhalb unseres Kontrollbereiches eine unerwünschte Richtung einschlagen. Wir fügen demnach durch unsere Besorgnis dem Leiden, das sich aus einer Situation ergibt, unnötigerweise weiteres weiteres Leiden hinzu. Wenn wir also merken, dass Sorge in uns aufkommen will, dann sollten wir sie mit einer Analyse der Situation angehen. Welcher Umstand liegt vor oder wird voraussichtlich eintreten? Was ist uns unbekannt? Was unkontrollierbar? Wenn wir uns dies klar machen, werden wir weniger zur Besorgnis neigen. Sorge macht uns auch die Vorstellung unerquicklicher Zukunft, die uns oder anderen Leiden bereiten könnte. Auch diese Besorgnis kann sich letztlich als unnötig erweisen und als sinnlose Vermehrung geistigen Leidens. Achtsamkeit auf das Gegenwärtige wird mithin behilflich sein, Besorgnis einzudämmen oder gar auszuschließen. Natürlich gibt es Fälle, in denen es schwierig wird, der Besorgnis zu entgehen. Wenn beispielsweise ein geliebter Mensch krank ist, liegt die Sorge, der Zustand werde sich verschlechtern sehr nahe. Aber auch hier hängt Sorge von der Stärke unserer Achtsamkeit ab, die sehr wohl auch in solchen Fällen hilfreich ist. Dann ist auch unsere typische Sorge zu nennen, wir hätten etwas falsch gemacht. Sie ist eine der fünf Hemmungen, Nivarana, nämlich Kukutscha, also Reue. Schließlich gibt es Menschen, die sich um jedes und alles sorgen, bei denen Besorgnis zur stetigen Last und zur Natur geworden ist. Gerade in diesem Zusammenhang sollten wir darauf achten, dass uns die Sorge nicht zur Gewohnheit wird. Alles in allem ist es in der Welt, in der wir nun mal leben, nicht auszuschließen, dass Sorge hier oder dort aufkommt. Eine Ausnahme gilt für denjenigen, der vollkommene Achtsamkeit und Kontrolle entwickelt und den Bereich der Heiligkeit erreicht hat. Er wird der Sorgenfreie genannt. Voraussetzungen für die Verwirklichung des Nibbana Nibbana oder Nirvana ist ohne Zweifel der unbedingte Zustand. Wir können allerdings im Samsara solche Bedingungen schaffen, dass Nibbana verwirklicht werden kann. Wenn die drei Ursachen des Samsara Gier, Hass und Verblendung in uns keinen Boden finden, ist Nibbana verwirklicht. Es ist ja nicht so, dass Nibbana erzeugt oder geschaffen werden könnte, sondern das, was uns vom Erreichen des Nibbana abhält, nicht mehr entsteht. Dasselbe lässt sich auch umgekehrt sagen. Der Platz für Nibbana entsteht dort, wo Gier, Hass und Verblendung nicht sind. Doch ist es nicht so, dass Nibbana durch ihr Verschwinden geschaffen würde. Mehr freilich lässt sich dazu nichts sagen, denn Nibbana liegt jenseits der Sprache, jenseits der Begriffe. Was also zu schaffen ist, sind diejenigen Geisteskräfte, welche das Wiedergeborenwerden zu einem Ende bringen. Es gibt da aber eine Art Vorgeschmack auf Nibbana, entsprechend der Stufe der Loslösung. Das Erleben von Nibbana ist möglich, wenn neue Ursachen für künftige Wiedergeburt nicht mehr gewirkt werden. Es sind nur noch die Auswirkungen früheren Kamas, die Körper und Geist der Befreiten der Arahans noch in Gang halten. Das vom Arahant verwirklichte Nibbana lässt sich nicht in einem Teil vor oder einen Teil nach dem Tode aufspalten, eine Vorstellung, die nur aus Sicht des Samsara möglich ist. Die Kommentatoren der Lehre waren in der Ablehnung jeglicher Spekulation bezüglich des Nibbana sehr konsequent. Von Nibbana wird ja vorzüglich in negativen Ausdrücken gesprochen, davon also, was es nicht ist. Obwohl die Worte negativ sind, vermitteln sie für unser praktisches Streben etwas eher Positives und Verbindliches. Spätere Kommentatoren legten großen Nachdruck darauf, dass Nibbana nicht nur die bloße Aufhebung der Befleckungen sei, aber das war auch alles, was sie zu sagen bereit waren. Und diese Aussage bedeutet, dass Nibbana kein nihilistisches Ziel ist. Als einmal ein Mönch erklärte, dass Nibbana das Glück sei, fand ein anderer, wie kann dort Glück sein, wo es doch kein Gefühl gibt, worauf der andere sagte, das ist ja eben das Glück in Nibbana, dass es dort kein Gefühl gibt. Was bedeutet, dass dieses von den Gefühlen zwischen Glück und Unglück hin- und hergerissen sein, zu einem Ende gekommen ist. Das Glück der wachsenden Befreiung vom Anhaften ist freilich ein wahrhaft lohnendes Ziel für jene, die es verstanden haben. Man kann es so sagen, die wachsende Befreiung von den Anhaftungen schenkt wachsendes Glück und die höchste Freiheit schenkt höchstes Glück. Und so können wir uns glücklich fühlen, den Dhamma, die Lehre des Erwachten, gefunden zu haben.